Wieder! Anfänger Ja, das ist so cool. Es sieht gut aus, wir müssen noch 45 Minuten kämpfen, ich glaube auch nicht, dass sie drei zu machen. Aber, hört mal bitte zu jetzt, aber es muss trotzdem, wir dürfen nicht so leichtzeitig mit den Sachen umgehen, wir dürfen nachher den Fehler nicht machen, falls das Spiel nicht vergessen ist, dass jeder ein Tor schießt. Das muss ich sagen, das können wir die letzten Spiele nachholen, dann können wir auch ein Abfallspieler mal Stürmer aufstellen, das ist mir scheißegal. Aber heute bitte konzentriert, nicht so leichtzeitig mit den Chancen umgehen und dann weiter, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Gut, gut, gut. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Ich habe einen Bauch verpflanzt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.